Für viele ist der 1. Dezember ein Tag wie jeder andere. Doch heute ist Welt-Aids-Tag und für die Aids-Hilfe Emsland Grafschaft Bentheim ist dieser Termin sehr wichtig. Am 1. Dezember, ein ganz wichtiger Termin, haben wir überlegt, dass wir eine kleine Öffentlichkeitsaktion in der Innenstadt machen hier in Lingen. Wir werden Materialien verteilen, unter anderem auch die Solidaritätsschleife, die an die HIV-Erkrankten und Aids-Erkrankten und Verstorbenen erinnern soll. Und ein bisschen Material verteilen, damit einfach die Menschen auch nochmal dran denken, dass es diesen Welt-Aids-Tag gibt. Es gibt mittlerweile sehr gute Behandlungsmethoden mit HIV. Das heißt, mit dem Virus ist man mit Medikamenten nicht mehr ansteckend und kann ein nahezu normales Leben führen, wie jeder andere Gesunde auch. Ähnliches gilt für die Geschlechtskrankheiten. Je früher erkannt, desto früher behandelbar. Und die meisten Geschlechtskrankheiten sind recht schnell in den Griff zu bekommen, wenn man sie erstmal dann als solche erkannt hat. Auch in der Corona-Zeit ist es möglich, einzelne Beratungstermine zu bekommen oder sich testen zu lassen. Genauere Informationen finden Sie auf der Website www.aids-hilfe-ermsland.de